Die insgesamt 30 Doppel- und Reihenhäuser im Langweid Village nehmen nach und nach Gestalt an. Bei dem Neubaugebiet handelt es sich um ein ganz besonderes Projekt. Wir haben hier ein Neubaugebiet, das von uns mit Erdgas erschlossen ist. Und in jedem Einfamilienhaus ist eine Brennstoffzelle, die Wärme und Strom produziert und somit das Haus unabhängig von anderen Energiearten komplett beheizt und mit Strom versorgt. Das ist sowohl aus ökologischer Sicht, also von den Schadstoffen her, die beste Variante. Als auch von den Verbrauchskosten für den einzelnen Nutzer. Sodass hier der Vorteil eigentlich da ist, man ist unabhängig und hat dazu noch eine sehr kostengünstige und CO2-freundliche Art der Energieerzeugung. Nirgendwo sonst in Deutschland wurde bisher ein komplettes Neubaugebiet mit Brennstoffzellen ausgestattet. Deshalb besuchte jetzt eine Delegation des Herstellers Panasonic aus Japan das erfolgreiche Pilotprojekt. In dem Fall Langweit konnten wir der Kommune vorschlagen, das Erdgasnetz nicht herkömmlich zu nutzen, sondern diesen innovativen Weg zu gehen, die Brennstoffzelle zu installieren. Wir haben einen Bauunternehmer gefunden, der sehr interessiert daran war, das auszuprobieren. Und eine Kommune, die auch ganz innovativ nach vorne denkt und eventuell dann mal ganz regenerative Energien durch das Gasnetz zu leiten und die ganze Sache auf völlig regenerative Füße zu stellen. Die Stromerzeugung mit Brennstoffzellen ist nachhaltig und besonders klimaschonend. Jede Zelle spart 1,1 Tonnen CO2 im Jahr ein. Bei 30 Brennstoffzellen entspricht das der Menge, die 2700 Bäume binden. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in Deutschland die Ersten sein dürfen, in Anführungsstrichen, wo das hier genutzt wird. So kann jeder im Endeffekt zum Klimaschutz, zum Klimawandel beitragen und dann natürlich auf seine eigene Weise dazu beisteuern. Eine wertvolle Zusammenarbeit zwischen Erdgasschwaben und Langweit am Lech also, die sich nicht nur für die Kommune, sondern auch für das Klima in der Region auszahlen wird.